Guten Tag, liebe Volksgenossen und Genossinnen, willkommen zu einem neuen Video auf BORG.TV. Heute werden wir am Tag der Deutschen Einheit etwas für die Wirtschaft tun und einen Case bei Steam CSGO öffnen. Der lieber Alex hatte das Glück und den Holden-Kampfeinsatz während eines Einsatzes bei Counter-Strike und hat an der Volksfront eine Kiste ergattert und diese werden wir heute mit einem echt-werksdeutschen Schlüssel öffnen. Lieber Alex, wir müssen erstmal traden. So, jetzt packen wir mal hier diesen Handel und schauen, ob wir diese Kiste rüber zum Nick bekommen. So, ich muss ja hier, jetzt mal warte einen Moment. Ich mach dann so hier. Da geh ich natürlich drauf ein. Gucken, was wir hier so haben. Eine Shadow Case, die nehmen wir doch. Ja, wir sind übrigens im Account von Buddy drin und verbraten dem sein Geld. Ich denke, das ist in Ordnung. Achso, du kannst das dann auch vielleicht behalten. Wenn das nichts wert ist, kannst du es behalten. Wenn nicht, möchte ich es wieder haben oder zumindest 10% von mir lösen. Dankeschön. Das ist ja gar nichts mehr. So. Jetzt wird es fritten aus der Mülltombe. Das ist einfach so scheiße deutsch. So. Das ist übertreten deutsch. So, machen wir den Spaß hier nochmal auf. So, liebe Freunde, also wir sehen hier ein neuer Gegenstand. Das ist der Case vom Alex. Und wir müssen übrigens erstmal auch noch, glaube ich, die Schlüssel kaufen, ne? Du kannst aber draufklicken. Öffnen. Ein bisschen kaufen. Schlüssel kaufen. Konfirm. Autorisieren. Autorisieren. An dieser Stelle, danke schön, Ben, dass du uns das hier ermöglicht. Ja, aber zwar, das war zwar unautorisiert, aber ist nicht schlimm. So, dann sind wir mal gespannt. Was hoffst du denn, dass es rauskommt? Äh, am schönsten wäre natürlich so ein Shadow Dagger Knife, ne? Wird der richtig schön. Oh, wie ich sage, dass diese USP da unten auch ganz nett ist. Ja. Dann gehen wir erstmal auf. Erstmal, erstmal, erstmal muss man reiben. Ne, da musst du reiben, genau. Oh, hier ein bisschen da bling-bling. Wir müssen ein bisschen polieren noch. Ja, natürlich, das ist unser. Ja, so, liebe Leute, Schlüssel benutzen. Wir werden mal richtig hart benutzen. Richtig hart benutzen. Gebe ihm. Komm, komm. Wir haben aber keine Lives dabei. Und er hat nur Scheiße bekommen. Fuck you. Fuck you. Was ist das denn? Ach, das ist Scheiße. Das sieht aus wie von so einer Turok-Waffe. Ja, ich würde sagen, Turok oder so, äh, vier. Vier, ne? Ja. Ja, nur Scheiße gedroppt. Kannst du behalten. Kannst du behalten, super. Dankeschön, Ben. Äh, ja, schön, dass ihr uns dabei zugeguckt habt. Am Tag der deutschen Einheit. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, liebe Leute. Und trinkt nicht zu viel. Abo nicht vergessen. Abos nicht vergessen. Tschüss. Tschö. Love you. Abgenutzt auch noch. Also letzte vom letzten, was du kriegen kannst. What? So eine Scheiße da. Egal. 2 Euro, 2 Euro wieder weg.